Jemand hat zu Recht gesagt, in den meisten unserer christlichen Institutionen setzt man voraus, dass die Verkündigung des Evangeliums schon anderswo geschehen ist. Es wird häufig davon ausgegangen, dass die Hörerinnen und Hörer das Evangelium bereits kennen. Und das ist nicht richtig. Die Botschaft wurde vielleicht einmal gehört, aber sie wird nur von wenigen wirklich gekannt. Und wir dürfen nicht voraussetzen, dass Menschen, die sich Christen nennen, den Inhalt des Evangeliums kennen. Und unser Auftrag ist es, den Inhalt des Evangeliums erlebbar zu machen. Verkündigen sich, damit wir selbst begreifen, was Jesus uns sagen möchte, was Gott uns gibt. Und dann das Leben, das jetzt entfaltet, geheilt, erlöst ist, das Leben, das Frieden und Freude gefunden hat, dieses Leben selbst wird verkündigen. Und ich weiß nicht, wie oft Sie gefragt werden, wenn Sie von einer heiligen Messe auf die Straße hinausgehen, wie oft wurden Sie gefragt, warum strahlen Sie so? Warum sind Sie so zuversichtlich? Warum haben Sie so viel Gelassenheit, so viel Freude, so viel Frieden in sich? Darf ich da was hören dazu? Oder darf ich mitkommen zu dem Ort, wo Sie da mit Freude erfüllt werden? Das heißt, das Leben selbst wird einladend. Und ja, ich nehme an, dass Sie einladend sind, zum Mitkommen oder zum Zuhausebleiben. Mit Edith Stein muss ich feststellen, dass jene, die es begriffen haben, mit ihren Worten sage ich das, und sie hat es halt auch beobachtet, dass es eigentlich nur eine kleine Schar ist, die von Edith Stein wirkliche Christen genannt werden. Ich verstecke mich ein bisschen hinter der Formulierung von Edith Stein. Sie sagt, wirkliche Christen, Klammer auf, von denen gibt es freilich immer nur eine kleine Schar, Klammer zu. Und dann schreibt sie weiter. Ich tue mir noch sehr schwer zu begreifen, warum die wirklichen Christen so wenige sind. Möglicherweise interessiert sehr vielen Menschen das eigene Leben zu wenig. Und somit wollen sie das Leben gar nicht zur Entfaltung bringen oder zur Fülle. Sie wollen es nicht heilen lassen, sie wollen es nicht entdecken. Und so möchte ich mir für den Rest meines Lebens zur Aufgabe machen, Leute zu provozieren. Um sie wach zu bekommen. Damit sie fragen, und egal ob man über mich schimpft oder nicht, das ist mir nicht so wichtig, Hauptsache sie beginnen zu denken oder wenigstens mal zu reden. Reden ist manchmal die Vorstufe von Denken. Nun, ich möchte Edith Stein, nein, ich möchte Madeleine Delbrel zu Wort kommen lassen. Sie lebte von 1904 bis 1964, eine Französin, die als Kind den Glauben kennengelernt hat, den Glauben der katholischen Kirche. Mit 14, 15 hat sie sich freigemacht. Später als junge Erwachsene mit 4, 25 hat sie begriffen, durch gläubige Menschen, die ihr da einen Blick eröffnet haben, hat sie begriffen, welch großes Geschenk es ist, an Jesus glauben zu können. Und als so 18-Jährige herum hat sie mal in einem Aufsatz Folgendes geschrieben und ich zitiere, damit wir ein bisschen Verständnis bekommen für das Denken dieser damals jungen Frau, die sich als atheistisch bezeichnet hat und ganz der Idee verfallen war, Gott ist tot, es lebe der Tod. Und schreibt dazu, man hat gesagt, Gott ist tot. Weil das wahr ist, muss man auch ehrlich genug sein, nicht mehr so zu leben, als ob er lebte. Man hat die Frage für ihn geregelt. Nun heißt es, sie auch für sich selbst zu regeln. Und dann spricht sie davon, dass die Menschen eigentlich ziemlich unkonsequent, inkonsequent sind und schreibt, Die Revolutionäre interessieren mich, aber sie haben die Frage schlecht verstanden. Sie können zwar die Welt aufs Beste einrichten, aber ausziehen muss man doch wohl oder übel. Die Gelehrten sind eher kindlich, sie meinen immer den Tod zu töten. Sie töten gewisse Arten des Sterbens, Tollwut, Pocken, dem Tod geht es dabei gut. Für die Pazifisten bin ich voller Sympathie, aber im Rechnen sind sie schwach. Wäre es ihnen 1914 gelungen, den Krieg zu knebeln, so wären doch 1998 alle, die der Krieg nicht umgebracht hätte, endgültig auf ihrem persönlichen Friedhof untergebracht. Die Verliebten sind radikal unlogisch und kaum belehrbar. Ich liebe dich auf ewig. Sie wollen nicht davon Kenntnis nehmen, dass sie zwangsläufig untreu sein werden und dass diese Untreue tagtäglich näher rückt. Und die Mütter, wohl gibt es jene, die kein Kanonenfutter herstellen wollen, aber versucht ihnen einmal beizubringen, dass sie immerhin Todesfutter herstellen. Ich will keine Kinder. Mir genügt es täglich vorweg, dem Begräbnis meiner Eltern beizuwohnen. Madeleine Delbrell meint, dass jene Menschen, die irgendetwas geschaffen haben, Architekten, Maurer, Bildhauer, Künstler, dass die etwas Bleibendes eingerichtet haben. Und so meinen sie, die Vernünftigsten sind vielleicht die Maurer, die Zimmerleute, die Fotografen, die Künstler, die Dichter. Sie stellen Sachen her, die Dauer haben. Sie lassen etwas von den Menschen dauern. Die Könige starben. Ihre Sessel bleiben in den Museen. Das ist eine Art zu existieren. Sein Foto irgendwo zu haben. Denkmäler halten stand. Und sie rundet diese bedauerliche Situation ab mit einem Blick aufs eigene Dasein und sagt, und dann gibt es die Leute, die sich amüsieren, die die Zeit totschlagen, bis schließlich die Zeit sie totschlägt. Ich gehöre dazu. Die ernsthaften Leute verachten uns im Namen ihrer ernsthaften Beschäftigungen. Madeleine Elbrell hat das Leben als wenig sinnvoll empfunden damals. Nachdem sie Christin geworden ist und ihr bewusst geworden ist, dass das Glauben können eine Gabe ist, nachdem ihr das bewusst geworden ist, dass es Gnade und Geschenk ist, hat sie alles dafür getan, dass auch andere dieses Geschenk, diese Gnade annehmen können. Und sie hat mehrmals betont, wir können den Glauben nur vorstellen, nur unter Anführungszeichen vorstellen. Geben muss ihn Gott. Wir können den Glauben nicht weitergeben wie einen Blumenstrauß. Und sie sagt, das gehört zu unserer Armut, dass wir eben diese Beziehung, diese persönliche Beziehung Gott-Mensch nicht implantieren können in die anderen. Und sie hat begriffen, dass es eine ganz große Sensibilität braucht für den, der noch nicht glauben kann. Und sie ist davon überzeugt, dass der Nichtglaubende in der Regel ein leidender Mensch ist. Einer, der durch die Erschütterungen des Lebens leidet. Ich erwähne dazu, dass es auch wiederum Leiden gibt, die nicht empfunden werden, die nicht gespürt werden, weil schon eine Art Narkotisierung da ist. Eine Art von Abstumpfung und Edith Stein würde dazu sagen, das führt dazu, dass die Leute sich mit immer raffinierteren Genüssen sozusagen narkotisieren. Sie verschaffen sich irgendetwas, was ihnen momentan ein Erlebnis bedeutet. Aber es ist nicht Bleibendes. Und so sagt die Madeleine Nelbrell, dass wir den Menschen die Güte erfahrbar machen müssen. Und sie meint, die Güte hat für das ungläubige Herz den unbekannten Geschmack Gottes und macht es fühlsam auf dessen Begegnung hin. Für den Ungläubigen ist sie etwas Ungewohntes, steht in Verbindung mit dem absolut Ungewohnten, dass Gott für den Ungläubigen ist. Die Güte weckt und befragt die dämmernden Kräfte seines Herzens, Kräfte, die ihm unbekannt sind und deren lebendige Wirklichkeit er zugeben muss. Die Güte sympathisiert mit dem, was im Herzen des Ungläubigen sowohl das Einsamste wie auch das Geeignete ist, sich innerlich heimlich Gott zuzuwenden. Das heißt, Madeleine Delbrel meint, dass in der Welt die Güte, und zwar die Güte, die existenziell das Leben unterfangen soll, dass diese Güte in der Welt für die Nichtgläubigen nicht erfahrbar ist. Das heißt, uns genügt es ja auch nicht, dass ein Mensch zu uns gütig ist. Wir fragen uns ja auch, wie wird es denn sein, wenn die Schlussbilanz des Lebens erstellt wird? Oder wie wird es überhaupt sein? Gibt es die große, die ewige Zukunft? Wer gibt mir die? Meine liebsten Angehörigen können wir das nicht verschaffen. Und so spricht zum Beispiel der Hebräerbrief davon, dass genau durch die Auferstehung Jesu unser Feind, der Tod und die Furcht vor dem Tod vernichtet wurden. Das heißt, Leben bleibt sozusagen ein gestresstes Leben, mit Unsicherheit und Angst geplagtes Leben, solange nicht das Thema Sterben und Basis danach eine Antwort gefunden hat. Und wenn dann ein gütiger Gott Antwort gibt, ja ein gütiger Gott Antwort ist, dann bedeutet das für das glaubende Herz ein Aufatmen. Und auch da müssen wir unterscheiden, oder da müssen wir bedenken, dass es um das glaubende Herz geht. Der Verstand alleine ist nicht in der Lage, dem Herzen Frieden zu geben. Das muss dem Herzen selbst durch den Geist, durch die Gnade gegeben werden. Ich kann mein Herz nicht beruhigen durch Argumente. John Henry Cardinal Newman, inzwischen selig gesprochen, sagt, es ist ebenso sinnlos, die Menschen durch Beweisführung wie durch Folter zum Glauben bringen zu wollen. Ich kann im Kopf keine Argumente und Beweise produzieren, die mein Herz oder ein anderes Menschenherz zum Frieden führen. Dieser Friede, der bleibt auch angesichts des Sterbens, ist eine Gabe, die durch den Geist, durch die Gnade gegeben wird. Also erst, wenn diese großen Themen eine Antwort finden, erlebt der Mensch, was mit Güte gemeint ist. Und wenn jetzt ein Christ dem Ungläubigen begegnet, begegnet der Ungläubige einem Menschen, Menschen, der die Güte Gottes kennt, der das Erbarmen Gottes kennt und der aus diesem Erbarmen heraus Frieden, Freude und Zuversicht schöpft. Nochmals, die Christen sind ja nicht Menschen, die mit zusammengebissenen Zähnen versuchen, Freude zu vermitteln. Die Christen sind ja nicht verkrampfte Menschen, sondern sie können Erlöste sein, weil sie auch ihr unruhiges Herz und ihr unbeständiges und verwundetes und irritiertes Herz der Barmherzigkeit Gottes anvertraut haben. Und wer das tun konnte, erlebt Erlösung. Nochmals, es geht darum, dass Menschen, die noch nicht glauben können, der Güte begegnen können, indem sie einem Christen begegnen. Madeleine Delbrell sagt, die Güte ist wie der sinnliche Leib der göttlichen Liebe. Gemeint ist, durch die Güte werden die Sinne angesprochen und der Mensch, der da angesprochen wird, erlebt etwas davon. Madeleine Delbrell ohne realistische bis zur selbstlosen Liebe ausgeweiteten Güte, aber ist es als wäre kein Zeugnis da, denn es liegt außerhalb des Sichtkreises der Ohren, der Herzen des Menschen, der Menschen. Also erst die Güte, die Erlebbarkeit, das Verspüren der Freundlichkeit lässt das Herz des Hörers wach werden. Und so soll es nicht überraschen, dass Madeleine Delbrell sagt, wir sind frei von jeder Verpflichtung, einer einzigen, aber restlos verpflichtet, der Liebe. Also der Liebe sind wir verpflichtet. Und sie sagt an anderer Stelle, wahrer Eifer, christlicher Eifer, wirft keine Bunten. Und vergisst du die Liebe, magst du dich lächerlich. Das heißt, die Liebe ist Bestandteil und Wesen des Christseins. Die Herzensgüte, die von Christus stammt, von ihm geschenkt wurde, ist für ein ungläubiges Herz eine Vorahnung Gottes selber. Und nochmals ein Blick auf den, der sich mit Glauben schwer tut oder noch nicht glauben kann. Der Gläubige, auch der Schwache, ist nie vollkommen allein. Er ist nie ohne jede Hilfe. der Ungläubige kennt die Einsamkeit im Reizustand. Eine unmenschliche Einsamkeit. Er ist der Beziehung beraubt, die am aller wesentlichsten zu ihm gehört. Mir begegnen ständig auch Menschen, die ich sage so mal eine Mischform haben. Sie glauben an etwas, können es nicht näher beschreiben, ja irgendwas muss es geben und werden vielleicht unruhig, wenn es zum Sterbebett geht. Vielleicht haben sie da das Glück, dass sie unruhig werden. bis dahin bleiben sie relativ ruhig, weil sie sehr beschäftigt sind. Wellness, Gesundheit und so weiter. Sören Kierkegaard sagt, Gott, der geliebt werden will, sucht mit Hilfe von Unruhe nach den Menschen. Wo einer Christ werden will, da muss Unruhe sein. Und wo einer Christ geworden ist, da wird Unruhe. Ich tue mir manchmal schwer in der Begegnung mit Menschen, die schweres durchzustehen haben, weil ich innerlich habe ich Freude, kann es aber nicht so richtig zeigen, weil ich missverstanden werde. Menschen, die in Schwierigkeiten sind, haben relativ gute Chancen, dass sie zu den wesentlichen Fragen ihres Lebens sich durchtasten. Menschen, die in Schwierigkeiten sind, sind nicht so gefährdet, Dauerschläffer zu sein. Die haben gute Chancen, wach zu werden. Und so betrachtet können Schwierigkeiten verstehen Sie mich recht, auch zum Heilmittel werden. Ja, jemand meinte sogar, wir brauchen so manche Krankheit, um gesund zu werden. Das heißt, dass die Seele endlich den Platz bekommt, den sie in der Existenz des Menschen braucht. Gesund werden in einem ganzheitlicheren Sinn, weil der Mensch mit der Seele zusammen nur ein ganz gesunder Mensch ist. Und mit der Seele zusammen heißt mit der Gottesbeziehung zusammen. Weil, wie wir vorher mal gehört haben, die Seele einen Bereich hat, indem sie offen ist für das Ewige, für das Göttliche, für Gott. Und erst wenn ich selbst mit der Seele und somit mit diesem auf Gott hin offenen Bereich lebe, wird mein Leben bereichert. Und ich erlebe Gott, modern formuliert, als Nahversorger, der ständig da ist. Innerlich bin ich nie solo, nie allein. Und mit Meister Ecke geht es darum, dass wir nicht nur mit einem gedachten Gott leben, weil der verabschiedet sich, wenn der Gedanke weg ist, sondern mit Gott im Herzen leben. Und wir werden unseren Mitmenschen diesen Gott nur vorstellen können, wenn wir selbst mit ihm in einem ganz liebevollen freundschaftlichen Verhältnis leben. Dieses liebevolle freundschaftliche Verhältnis zu Gott ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Jesus bezeichnet dieses als von Gott neu geboren werden. Von Gott selbst ich sage so mal von Gott selbst Gott geschenkt bekommen. Im Heiligen Geist. Kaorana nannte es die Selbstmitteilung Gottes. Also Gott teilt sich selbst mit. Und zum Glück ist es ganz unabhängig davon, wie gut oder wenig gut ich oder jemand anderer darüber reden kann. Die Gottesbeziehung will sein. Und wenn wir sie nicht gut beschreiben können, ist es nicht tragisch, weil das Leben selbst zeigt, wir sind in Gottesbeziehung oder auch nicht. Gott hat Einfluss auf uns. Er wirkt beruhigend, schenkt Frieden und Freude oder auch nicht. Nämlich es bleibt beim Menschen, ob Gott ihn beschenken kann oder nicht. Der Apostel Paulus war sich dessen und somit möchte ich abrunden, war sich dessen ganz bewusst, dass nicht die menschliche Redegewandtheit, die menschliche Überzeugungsfähigkeit die Gottesbeziehung bewirkt, sondern Gott selbst und er argumentiert so, es soll sich der Glaube nicht auf Menschenweisheit stützen, sondern auf die Kraft Gottes und diese Kraft Gottes ist es, die den einzelnen Menschen zum Christen macht. Keiner macht sich durch spezielle Anstrengungen, durch asketische Übungen oder Gewohnheit zum Christen, nein, es ist Christus, der einwohnen möchte und zwar willkommen sein möchte, gern gesehen sein möchte im Leben des Menschen und es liegt am Menschen, ob er diesen alles verändernden Christus in sich haben möchte, alles verändernden, alles erlösenden, alles heilenden und alles schenkenden Christus in sich haben möchte. Dankeschön.